Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PCCheck zu einem neuen Video. Heute mal wieder Hardware-Rad und zwar mit dem Gaming-PC Hardware-Rad 1000.9, das dahinter sind nur die Specs, für 1059,99€. Dass ich dieses System jetzt mir anschaue hat einen Grund. Und zwar ist es so, wir hatten im letzten Video die Hardware-Deals-PCs, die ja durchweg auch in Ordnung waren, aber der PC hier, der schießt das Ganze noch mal ein bisschen ab, deswegen wollte ich euch den zeigen. Und den bekomme ich auch einmal zur Verfügung gestellt von Hardware-Rad, dass ich den reviewen kann, wirklich mit eigenen FPS-Cests mir die Kühlung anschauen kann und so weiter. Da wird es kein Giveaway geben, aber ich werde ihn mir auf jeden Fall vor Ort noch mal anschauen. Das ist erstmal der grobe Überblick. Ich kann euch jetzt schon sagen, das Angebot ist schon relativ gut, aber das werdet ihr gleich bei der Liste noch sehen und den schauen wir uns jetzt mal an. Und noch eine weitere Sache, wenn ihr Fragen habt, ihr habt Fragen zu Hardware, Software, wer ihr habt technische Probleme, wie auch immer, joint unseren Discord-Server, der Link ist in der Videobeschreibung. Dort haben wir auch ein Ticketsystem, falls ihr irgendwie eine Geizheitsliste braucht, zum Beispiel, weil ihr einen fertigen PC kaufen wollt oder selber bauen wollt, wie auch immer. Einfach ein Ticket eröffnen, die Fragen beantworten und dann wird euch auch von unseren Beratern auf jeden Fall geholfen. Kommen wir wie immer erst zu dem Bild. Das Bild ist einfach nur das Gehäusebild. Das ist okay, also da habe ich nichts zu meckern, da ist nichts irgendwie drin verbaut, was bling-bling macht, was nicht wirklich da ist oder so. Also das ist schon okay. Kommen wir auch direkt zum Prozessor, das ist der AMD Ryzen 7 5700X. Das ist ein Achtkerner mit 16 Threads, hat 65 Watt TDP, der kann sich aber auch ein bisschen mehr genehmigen und unterstützt offiziell DDR4 3200 MTS. Das ist sozusagen ein abgespeckter 5800X, pfeift sich dadurch aber deutlich weniger Watt rein, der kann laut PPT 76 Watt sich maximal reinpfeifen. Jetzt hatte ich im letzten Video zu den Hardware-Deals-PCs, da war auch ein 5700er drin, hatte ich eine kleine Diskussion und zwar sagte dort einer, dass der sich auch 142 Watt reinpfeifen kann. Das werde ich aber testen, sobald ich den PC auch wirklich mal hier habe. Das ist halt wichtig für den Kühler, der hier drin ist, weil wenn der sich wirklich 142 Watt reinschrauben kann, dann schafft der Kühler das nicht mehr. Bleibt er bei den 76 Watt, schafft er das, aber das werde ich wie gesagt testen. Ansonsten beim RAM könnt ihr den auch schneller betreiben, 3600 MTS ist überhaupt kein Problem, das läuft locker. Und das ist ein guter Prozessor, damit könnt ihr auch streamen, wenn ihr möchtet. Ihr könntet dann sogar über den Prozessor rendern, das funktioniert, dann braucht ihr die Grafikkarte nicht zu belasten, sag ich mal, wenn ihr jetzt eine Nvidia-Karte habt, ist das sowieso wurscht. Bei den AMD-Karten macht es schon etwas aus, wenn ihr darüber rendert, deswegen nehmt dann lieber den Prozessor, das Bild ist sowieso dann sauberer. Und der kostet 186,90 Euro bei Mindfactory. Der Prozessor-Kühler ist ein Colink Umbra X 180. Das ist ein ganz normaler schwarzer Kühler ohne RGB, hat eine TDP von 180 Watt, das glaube ich nicht. Wenn ich einen 12700K nehme und den da drauf schnelle und der sich 180 Watt reinpfeift, das kriegt der nicht weggekühlt. Glaube ich nicht. Ansonsten Colink, schenkt mir ruhig einen, dann teste ich den, aber ich glaube es einfach nicht. Für den Prozessor reicht er trotzdem. Selbst wenn wir mal realistisch sagen, 120, 130 Watt ist das für den Prozessor immer noch ausreichend, weil der sich ja maximal 76 Watt genehmigen kann, laut AMD. Ansonsten nichts Besonderes, wie ich schon sagte, kein RGB oder so, ganz normales schwarzes Design. Ich finde den relativ schick, das ist in Ordnung. Und der kostet 29,89 Euro bei Mindfactory. Das Mainboard ist ein Gigabyte B550 Gaming X. Das hat gekühlte Spannungswandler, vier RAM-Bänke, hier kann ein SSD verbaut werden, hier unten noch eine weitere SSD. Hier kommt die Grafikkarte rein, die beiden Slots müsst ihr schauen. Vielleicht könnt ihr diesen unteren noch benutzen, weil der wird definitiv vom Kühler der Grafikkarte überdeckt. Oder ihr nutzt einfach einen der beiden unteren Slots, falls ihr noch irgendwie eine WLAN-Karte, USB-Erweiterungskarte, Capture-Karte, wie auch immer erweitern wollt. Was die Anschlüsse angeht, haben wir Mikrofon, Kopfhörer, Line-In, Netzwerkanschluss, dreimal USB 3.0, einmal USB 3.1, HDMI, DVI könnt ihr hier nicht benutzen. Der Prozessor hat keine integrierte Grafikeinheit, zieht das Bild sowieso über die Grafikkarte. Bitte, ich werde immer wieder gefragt, warum geht das nicht? Der Prozessor hat einfach keine Grafikeinheit. Es macht auch keinen Sinn, selbst wenn er eine hätte, dass ihr das Bild darüber zieht, zieht es über die Grafikkarte. Sonst habt ihr eh nicht die volle Leistung, ist halt einfach so. Zweimal USB 2.0 haben wir auch mit dabei und den PS2-Anschluss werdet ihr auch nicht benutzen. Jetzt habe ich im letzten Video in den Kommentaren gelesen, dass das ja ziemlich wenige USB-Anschlüsse sind. Ja, das ist richtig. Ihr habt dann vielleicht am Gehäuse noch zwei Stück oder so, also insgesamt acht. Die meisten werden, denke ich, damit auskommen. Allerdings ich zum Beispiel als Content Creator, ich habe meine Kamera da dran, mein Mikrofon, Tastatur, Maus, Mauspad ist auch noch mit dabei, der Drucker hängt noch dran. Also ihr müsst selber wissen, wie viele USB-Geräte ihr habt. Ihr könnt auch mit einem Verteiler arbeiten, zum Beispiel Tastatur und Maus geht auch super über einen Verteiler. Auch die RGB-Beleuchtung von dem Mauspad funktioniert auch über einen Verteiler. Also das müsst ihr selber wissen. In so einem Preisbereich um die 1000 Euro rum ist es aber ein vernünftiges Board. B55-Chipsatz kann ich auch überhaupt nicht meckern, ist natürlich ein älterer Sockel mit AM4. In dem Preisbereich kriegt ihr aber eh noch keinen AM5, zumindest nichts Vernünftiges. Und das passt soweit schon. Und das kostet 139,99 Euro über eh im Mobiles 15 bei Ebay. Der RAM sind 32 GB, 2x16 GB DDR4, 3600, CL18, GoodRam, IRDM. Das ist so ein typisches Hardware-Rad-Ding. Irgendwie ist das der einzige Systemmittelgerator, der die Dinger verbaut. Aber ich habe noch nichts Schlechtes drüber gehört. 3600 MTS ist auch ganz nice. Natürlich nur CL18. Aber es ist immerhin mehr als das, was AMD angibt mit 3200. Dazu haben wir hier noch Dual Channel und 32 GB in einem 1000 Euro System, etwas über 1000 Euro. Ist schon etwas seltener. Haben wir auch bei den Hardware-Deals-PCs gesehen. Da sind grundsätzlich 16 GB drin gewesen. Das ist schon nice to have. Hat auch kein RGB, Schikimiki, Bling, Bling. Alles ganz normal schwarz gehalten. Das passt soweit. Und der kostet 70 Euro bei Computer Universe.net. Die SSD ist eine 1 TB M.2 NVMe PCI Express 4.0 Innovation IT Performance. Und hier ist es auch ganz wichtig, wir haben 5000 MB die Sekunde lesen und 4800 MB die Sekunde schreiben. Die ist sauschnell. Die finde ich aber bei Geiz halt irgendwie nicht. Deswegen habe ich jetzt eine etwas langsamere genommen. Ihr könnt natürlich hinterher bei dem Preispunkt vielleicht noch 10 oder 20 Euro draufrechnen, wenn ihr das möchtet. Aber zur reinen Preisfindung, ob sich das jetzt irgendwie auswirkt, großartig auf den Gesamtpreis, müsst ihr selber entscheiden. Also hier ist die langsamere. Lesen, schreiben. Ihr seht es, die Hälfte gerade mal, sogar weniger als die Hälfte. Also die, die hier drin verbaut ist, ist auf jeden Fall besser als die, die ich euch jetzt hier zeige. Ansonsten 1 TB, auch in einem 1000-Euro-System. So muss es sein. Bei den Hardware-Deals-Dingern hatten wir 500 GB. Hier haben wir jetzt 1 TB. Wieder so eine Marke, die keine Sau verbaut, außer Hardware hat. Aber der sagte auch, dass die wohl keine Probleme macht. Ich habe ja jetzt auch vor kurzem mal mit ihm gesprochen und ihn so ein bisschen zu den Sachen befragt. Und er sagte, mit der gibt es keine Probleme. Ich glaube ihm das jetzt einfach mal. Aber 1 TB ist 1 TB. Und die kostet hier 47,97 Euro bei Mindfactory. Wie gesagt, die schnellere könnte durchaus 60 Euro kosten. Müsst ihr selber wissen, ob ihr das noch irgendwie draufschlagt. Die Grafikkarte ist eine 12 GB AMD RX 6700 XT. Wir nehmen jetzt in dem Fall wie immer die günstigste. Das ist die Sapphire Pulse Radeon RX 6700 XT, 12 GB. Er sagte mir, dass er aktuell die Asus Dual wohl verbaut. Die kostet effektiv, glaube ich, 8 Euro mehr gegenüber diesem Modell hier. Ist aber auch gobs wie gesprungen. Wenn da kein Hersteller steht, sage ich beliebiger Hersteller und es könnte ja die günstigste aktuell reinwandern. Das ist eine gute Grafikkarte für Full HD. Auf jeden Fall in den meisten Spielen über 100 FPS. In WQHD müsst ihr vielleicht ein bisschen an den Einstellungen drehen. Je nachdem, ob das jetzt ein AAA-Titel ist oder nicht. Bei Valorant oder so wird das Ding rennen wie eine Sau. Auch bei Minecraft und so. Aber den FPS, das dazu findet ihr in der Videobeschreibung, ist auf jeden Fall eine gute Grafikkarte in diesem Preissegment. Ist natürlich keine 7000er AMD oder eine 40er Nvidia. Das ist klar, es ist ein 1000-Euro-System, also etwas über 1000 Euro. Und da kann man sowas einfach nicht erwarten. Und die kostet 397,81 Euro bei T-Shop. Das Netzteil ist ein 600 Watt 80 Plus Gold Kohling Enclave. Das hat drei Jahre Herstellergarantie, ist 80 Plus Gold zertifiziert und vollmodular. 600 Watt, in dem System auf jeden Fall sehr passend. Hätte sogar weniger sein können. Mit 500 wäre das Ding auch noch klargekommen. 600 Watt ist auf jeden Fall nice to have. Da könnt ihr später vielleicht sogar noch ein 5900er Ryzen oder so reinschmeißen. Oder eine 6750 oder 6800 XT. Dann muss aber auch Schluss sein. Kommt nicht auf die Idee, da jetzt eine 4070T oder so reinzuschmeißen. Grundsätzlich kenne ich zum Beispiel Gehäuse von Kohling. Die finde ich persönlich überhaupt nicht geil. Aber die Netzteile scheinen ganz gut zu sein. Es gibt eine PSU-Tierlist. Die verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr immer ungefähr gucken, also einen groben Überblick kriegen, auf welchen Herstellern diese Netzteile basieren. Weil meistens sind das einfach, sag ich mal, ein Seasonic-Netzteil aus der Focus-Serie, die dann umgelabelt werden. Dann heißen die, was weiß ich, Be Quiet, Kohling, wie auch immer. In dem Fall ist das hier, das Enclave, ein B-Tier-Netzteil. Das höchste ist A+, glaube ich. A oder A+. Wir sind hier bei B. Also wirklich ein gutes Netzteil, kann man nehmen. Die Liste ist wirklich sehr interessant. Die ist nicht von mir. Die ist von Kultis Network. Aber da könnt ihr halt schön nachschauen. Wie gesagt, Link ist in der Videobeschreibung. Speichert euch die ab. Die ist echt gut. Zurück zum Netzteil. Es ist modular. Es hat leider nur drei Jahre Garantie. Aber das ist auf jeden Fall mehr, als jetzt so irgendwelche Billig-Netzteile haben mit einem oder zwei Jahren. Hatten wir ja auch schon in den Videos. 80 plus Gold ist auch okay. Wichtig für euch, wenn ihr selber bauen wollt, bei diesem Netzteil ist kein Stromkabel mit dabei. Das müsst ihr nochmal extra bestellen. Das kostet im freien Handel, glaube ich, ungefähr 5 Euro. Bei Hardware-Rad werden die allerdings mitgeliefert. Die kaufen dann extern diese Kabel ein. Die sind auf jeden Fall mit dabei. Also macht euch keine Sorgen. Es ist halt wirklich nur wichtig, wenn ihr selber baut. Nicht, dass ihr dann auf einmal da steht, habt einen neuen PC gebaut und euch fehlt das Stromkabel. Ist immer ein bisschen kacke. Und das kostet 69,90 Euro bei Caseking. Das Gehäuse ist ein Enderfise Signum 300 Core. Zwei Lüfter vorinstalliert. Das ist wie bei den Hardware-Deals-Dingern. Einfach nur ein Blechgehäuse mit einer Glasscheibe und einer Plastikfront. Aber immerhin Mesh. Das ist schon alles in Ordnung so. Ich würde da jetzt kein High-End-System einbauen. Aber für so ein 1000-Euro-System ist das auf jeden Fall passend. Wie auch schon eben im Text. Ein Lüfter vorne, ein Lüfter hinten. Der Airflow ist somit gegeben. Ich hätte es gefeiert, wenn in der Front vielleicht sogar zwei oder drei Lüfter drin gewesen wären. Aber das ist jetzt auch Hardware. Die jetzt nicht wirklich viel Hitze produziert. Von daher geht das noch. Und das kostet 59,89 Euro bei MineFactory. Das Betriebssystem ist Windows 11 Pro 64-Bit. Grundsätzlich braucht man kein Windows 11 für diesen AMD-Prozessor. Windows 10 hätte hier auch gereicht. Man kann ja von Windows 10 auf Windows 11 kostenfrei upgraden. Hier ist es halt schon die aktuellste Version. 64-Bit Pro, alles in Ordnung. Nehmen wir so mit. Und das kostet 54,90 Euro bei IT-Hardpods. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Wie gesagt, die SSD ist nicht eins zu eins die gleiche. Bitte rechnet da hinterher vielleicht noch irgendwie 15 oder 20 Euro drauf, dass wir wirklich auf den richtigen Endpreis kommen. Hier ist der Prozessor, der RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, der CPU-Kühler, das Gehäuse, das Netzteil und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von. 1.057,25 Euro, das System soll kosten. 1.059,99 Euro. Ja, jetzt wisst ihr mal, wo diese Margen liegen. Es ist quasi gleich Guide-Sights-Liste. Wenn ich mir morgen die Guide-Sights-Liste angucke, ist irgendwas wieder ein Euro teurer oder billiger geworden. Von daher, also man kann wirklich sagen, das System ist eins zu eins mit Zusammenbau wie die Guide-Sights-Liste. Das ist wirklich ein faires Angebot und von der Konfiguration her auch wirklich gut. 1TB-Speicher, 32GB RAM, vernünftiges Full-ATX-Mainboard, ein 5700X und eine 6700XD mit einem 600-Watt-Netzteil. Also ich muss wirklich sagen, das System gefällt mir sogar deutlich besser als das von Hardware-Deals, weil Hardware-Deals hat die Hälfte an SSD-Speicher und auch nur die Hälfte an RAM-Speicher. Nichtsdestotrotz könnt ihr die Hardware-Deals-Dinger natürlich trotzdem bestellen, da werdet ihr nicht abgezogen oder so, aber preisleistungstechnisch bekommt ihr hier definitiv mehr. Und wie gesagt, das System wird er mir auch zuschicken, das muss ich auch wieder zurückschicken. Also ich behalte das nicht, der schickt mir das zu. Ich werde es auch nochmal testen, ich weiß nicht, in den nächsten zwei Wochen auf jeden Fall. Dann werde ich aber auch nochmal auf dieses Video hier verweisen und dann kann man sich nochmal so einen Gesamteindruck verschaffen, wenn man das möchte. Also auf jeden Fall ein cooles System, natürlich kein RGB oder ähnliches. Wenn ihr da RGB drin haben wollt, könntet ihr euch RGB-Lüfter oder so kaufen, die dann selber da reinschrauben, das ist echt keine große Sache, das kriegt jeder hin. Aber ist wirklich okay, kann man nicht meckern, alles cool. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen, lasst ein Däumchen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.